Hallo Leute und willkommen zurück zur Tennis Anata Ja und wir treten gleich mal am Anfang dieser Ratte in den Arsch Wir kommen dieser Ratte her Ich will, dass diese verdammte Ratte stirbt Die Hexe soll auch sterben Nieder mit der bösen Hexe Weil verdammt, ich hab die Hexe nicht mehr erwischt Oje 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 Ach du Scheiße, das hat wehgetan Stirb Hexe Mach auf geh Mach auf geh A Mach auf geh Ehe Als genau das Richtige Was ist die Hexe? nicht nennen jetzt hat er nicht nur mein gott die kreis die fixe da das war nicht gut das war gar nicht gut ich bin ach du verdammte Scheiße ich bin schon wieder zu dumm, bis Blocken ich stier habe Hexe oh ja, was ist der Hexe? die Hexe muss ja auch gehalten, man kann nicht glauben Hexe, der Verflucht oder wie auch immer in der Luft sie lebt noch aber nicht mehr lange Full Headshot, Full Headshot und das war's mit ihr ein paar Headshots und sie ist dann und auch die Sechse geben so ok ok laufen vier Fächster ... ... ... ... ... Zerzern Bauern Jola in der St in der Besten die Städte in Männern und hier können wir absolut gar nichts tun verdammt doch ist ein schatz toll sehe ich gerade blutvergifter hört sich interessant dann ist ja für alle kräfte vier stärker kann beitreffen gut 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 noch mehr wieder die hexen sind wieder da und die machen wir gleich wieder platz hier das erste mal hier b hat hierpikte eine der beiden hexen gebetet werden 3 verdammt 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 nicht gut nicht gut 4 px das hat mit der Exe oder wie auch immer egal 15 mann ja sehr schön genau dem wo das würde ich fragen wann er zu dem verdammten der pfeil denn genau den will ich habe denn jetzt genau das ist ich brauche da war es das muss ich mir anschauen weil ich die siegte die exe mit so gut ja jetzt erst die Hälfte ja er ist jetzt mal und halbfallen mit der Zeitung kann nicht schaden so blöde Hexel, das war's für dich und Fallschützer und damit ist jetzt der Aufbau da war was hier hey hier steht was geschrieben bei fand ich wegen Raum öffnet Weg jetzt nicht raus verstehe ich nicht mehr als verstehe ich nicht sie dann nicht schon wieder auf ja und weiter geht's zur Ratte zur Ratte schluss schluss Stierfatz! Kaboom! Verdammt! Bum, bumm, bumm, bumm! Verdammt! Verdammt, ich bin im Schatten! Das war nicht gut. Das war ganz schlecht. Oh, bin ich schlecht wieder mal. Und bittet von uns, danke gehen. Blöge Ratte. Was tut diese Flucht da? Das war zu früh. Autsch! Das tut doch weh, du verdammte scheißdackige Hexen. Dich du. Kaboom! Und diese beschäuerte Ratte darf auch nicht weiter leben. Ja! Du verdammt, ich denke aufsみたい topp. Du da bist jaний Mann! Verdammt! Was soll der Scheiß? Autsch! Autsch! Ich habe die verdammte Ratte nicht erwischt. dass sie kein war wo jetzt was da hier haben wir schon hier waren wir schon da genau auf das dach wir gehen die sechs fluchte oder was auch immer wer das denn da das erste wenn die da wir wollen ja aber ja ja hier du verraten siegte was war es mit dir die ordentliche der seltsame Schokolade Wir haben ein paar Beispiele, oder? Diese verdammte Fekse muss sterben. Und die Piraten geben wir erst auf den Nerven. So. So. Und noch weiter, noch weiter. Sehr schön. Schauen wir mal. 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 Gute Frage, wohin als nächstes? Ich habe nicht den flassen Schimmer, wo es lang geht. Und da war eine Ratte, die ich nicht gesehen habe. Scheiße. Ich habe nicht den flassen Schimmer. Wir haben den Flasen. Ich bin der Flasen. Ich habe den Flasen. Sie sind die Flasen. 1, 2, 3, oh, verdammt! Ich bin schon wieder zu blöd zum Blocken. Nein, zu früh gefloppt. Ihr verdammt verdammt, Schüßer. Verdammte Drecksfücher und level up! Sehr schön. Ah, wir sind ein Blütenbücher für Fiat. Benutzen. Ich habe nicht den Plassett Schimmer, wo es lang geht. Ich dachte, ihr wer jetzt richtig? Aber anscheinend doch nicht. Da war schon wieder eine Ratte, die ich nicht gesehen habe. Das ist ein Blütenbücher. Ha, 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 ha. Ähm... Stierbratter? Ja, der hat sich zugifftet. Aber es ist gut. Und die hat sich dann. durch den Abstand so hoch sind. Wenn der ist mein Blütenbücher. Das ist dein Lob, das ist mein Blütenbücher. Ja-ist-scheinend zu sein. Nein, es ist mein Blütenbücher. Aber es ist mein Blütenbücher. Aber es ist mein Blütenbücher. Was mirżej geimpотр useet sein? Ja, ich bin jetzt mal. Ich habe mich neben's mühchtern. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Wir sind stark. Wir sind stark. Wir sind stark. Mal schauen. Da ist noch eine verdammte Rate, die mich von hinten angeht. Scheiße. Ja, ja. Oh, was? Ach, Scheiße. Diese verdammten Ratten. Aber auch hier in der Fünsternis, genau. Die erste muss gleich mal dran glauben. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. ja aber uns von einem Mann ich habe absolut Null Ahnung muss hin geht und so gut wie ich das Spiel nicht auch wieder nicht und hier jetzt nicht weiter bei ihnen super kasse ich weiß nicht was lang geht die dann vielleicht irgendwo jetzt haben wir uns runter ich habe nicht den belastesten schimmer lecker wir sind wieder dort wo wir angefangen das hat dem partner mehr leid das haben wir gemacht dem hat mich absolut gar nicht ich habe noch mal daran in den kopf zu können hier ist entscheidend sich durch den schalter bums hat sich da etwas bewegt ja in der tat ich glaube das war der falsche wenn mann wo's band war der höhe ich bin schon ganz blöd schon ich bin schon ganz blöde und drei ratten warum ich bin jetzt noch nicht was was nein du verdammte ratte kommst nicht dran Das ist die verdammte Ratte doch so genau gedacht, dass sie dran kommt. Ich hab's wenigstens noch mal erwischt. Du blöde verdammte Scheißratte, ich hasse dich. Kau, lass dich! Hm, 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 hm. Da mitzugehen wir sich gar nichts... Aber die Ratte anzugehen. Die mich gerade angemult hat. Da ist eine Ratte. Wie mach ich, Bratz? Kabumm! Ich will nicht, dass dieser Scheißratte drankommt. Ja, ich hab sie bratt gemacht. Und... Boll mit einem Schuss erledigt. Sehr schön. Und Bietsteckte dann dabei auch. Hat er gerade Pohi gesagt. Vater, äh, geh. Nicht darüber nachdenken. Das ist der, der alles zurücksetzt. Der Schalter. Vielleicht sollte ich die mal drücken. Und dann hier lang gehen. Ganz außen rum. Die ist noch immer zu. Warum auch immer? Ich hab keine Ahnung. Ähm, und wo geht's jetzt hier nochmal rüber? Auf der andere Seite? Hier nicht. Falsch. Ja, ja, ja. Blöd, blöd. Oh, die kuscheln schon schön hier. Kabumm! Double KO! Die Hekte wird auch hier ein blaues Wunderleben. So, stirb. Cool Headshot! Voll ins Knie! Oder was auch immer? Scheiß drauf. Ich mach hier alles falsch, was ich falsch machen kann. Verdammte Scheiße. Ähm. Schauen wir nochmal rüber. Moment. Moment. Da kommen wir nicht drüber. Da kommen wir auch nicht drüber. Da kommen wir rüber. Da kommen wir rüber. Noch ein Speichelbund. Da ist diese... ...Sinnenspump. Ich bin jetzt nicht gegen diese Ratte fällt kämpfen. Und den schalte dafür... ...will ich jetzt nicht drücken. Den habe ich das jetzt mal gedrückt. Den drücke ich jetzt aber nicht. Vor dessen kämpfe ich gegen diese Ratte hier. Hmhm. Über der streut war intensiv. Hey du, den darf's denn mal updaten? Da bout dass noch eine kann. Gb efficiently. Gweàn. Da wir wollen sie auch. Sind sie mich了吧. Du kommst! Nein. Die Regisse. Du kommst! Lauthor h COMEN Das lass uns nichtmiş Supress ist ein, Zu niedrig? Verdammt! Das nur, als sie wieder auf die falsche Rate gezielt hat. Nein, nein, nein. Stierfratzei. Ich will, dass diese verdammte Ratte schirrt. Scheißratten. Verdammte Ratten, sage ich dazu noch. Gut, dann da durch. Durch, 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 durch. Aber hier drin machen wir dann Pause und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.